Hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Minimetro. Das letzte Mal habe ich eine tägliche Herausforderung gespielt. Lief gar nicht gut. Nicht mal 10 Minuten wurde das Video lang. Von daher würde ich sagen, spielen wir doch heute mal Paris. Verbindet die vielen kleinen Stationen in der Pariser Metro. Im normalen Modus. Von daher, let's go. Wir haben drei Linien, drei Züge. Hört sich doch ganz gut an. Für den Anfang. Vier Tunnel, auch gut. Das mache ich jetzt mal so. No. No, 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 no. Da würde ich gerne blau mitnehmen. Genau. Mit grün könnten wir so quer rüber. Bringt aber nicht viel. Mach ich trotzdem mal so. No. Ey. Nicht alles zerstören, was ich hier gemacht habe. Hello. So. Dann ist grün eher so die schnelle Strecke. Linie oder Waggon. Eine weitere Linie hört sich gut an. Grün könnte vielleicht etwas schwierig werden. Ne. Ne. Ach. Immer dieses Menü. Gern mit blau weiterfahren nach hier oben. Gern. Vorerst lasse ich das so. Jetzt kommt hier noch ein weiterer Kreis. Dann könnten wir mit Gelb ansteuern. Ja, doch. Ist so am schlauesten Kreis, Dreieck. Äh. Kreis, Dreieck. Okay, das ist jetzt doof. Wenn hier nochmal ein Kreis kommt. Dann würde ich das Ganze jetzt mal so machen. Und vielleicht auch noch so. Dass hier auch wieder drei Äh. Formen miteinander sind. Dass die auch hin und her pendeln können. Hier und hier ist etwas ein Knotenpunkt natürlich. Was es später ein Problem werden könnte. Zumindest jetzt noch nicht. Aber später vielleicht. Das ist jetzt auch wieder eigentlich recht unnötig und doof. Aber mache ich jetzt einfach mal so. Zum schauen, wie es funktioniert. Und da die grüne Linie recht lang ist, könnte die schon Vaggon vertragen. Finde ich. Okay, das ist gut. Blau könnten wir auch noch hier hinführen. Grün ist natürlich so ein bisschen ein Knackpunkt. Jetzt schon. Da grüne Linie recht lang ist. Aber es sieht gerade noch gut aus. Navigo Errungenschaft freigeschaltet. Wenn eine neue Farbe kommt, würde ich wahrscheinlich violett umstrukturieren. Ne, ne neue Farbe. Eine neue Form. Ein Steigebahnhof würde ich wahrscheinlich hier einreden doch macht glaube ich am meisten Sinn und grün könnten wir eigentlich auch etwas umformen damit blau eine einfachere Strecke hat Nächstes war natürlich bei blau nicht ein Vierig in der Nähe aber es sollte trotzdem irgendwie gehen hoffentlich Ansonsten kommt der zweite Zug in Einsatz Das ganze verläuft sich nach links finde ich Blau sieht fast so aus als ob es einen zweiten Zug braucht Ja Ja Gelb hat auch schon ein bisschen Problem Okay Ich schau mir das ganze jetzt mal an Ob das noch funktioniert Ne Nicht wirklich Ist zwar eigentlich auch doof Wenn die hier wirklich so nah beieinander fahren Also sprich eine soll nach links und eine nach rechts Rechts und links So Also für euch ist Spiegelverkehrt aber egal Also dass beide Züge sich etwa in der Mitte kreuzen Okay Violett wird jetzt umstrukturiert Nope 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 Grün könnte man noch hier hoch verbinden Ist das blau hier angeschlossen? Ey das Menü Doch blau ist hier mit angeschlossen Grün auch Okay Ja Nee Blau fährt halt drei Punkte an Ist eigentlich doof Aber geht Schlecht anders Kreis Diese komische Form Und Viereck ist hier drüben nicht Wir müssten fast Wir müssten fast So fahren Ist zwar recht beschissen Und dann vielleicht hier einen Kreis mitnehmen Und hier drüben das Dreieck Aber ich habe keine Ja Ja Ist zwar beschissen aber geht nicht alles Ja Ist zwar beschissen aber geht nicht alles Trotzdem funktioniert es ja bis jetzt gut Einigermassen zumindest Das ist Blau könnte Fast den zweiten Waggon vertragen Ja Das ist jetzt doof Das heisst Wir müssen hier kurz mal Wir müssen hier kurz mal Nope So machen Und mit blau nach oben gehen Und mit blau nach oben gehen Und mit blau nach oben gehen Ja Ja Geht Geht Nicht Anders Grün hat es im Griff Es scheint Blau kommt auch ganz gut Nach Aber hier ist jetzt eben das Problem Mit dem Zug Das meine ich hier ist ein Zug Und dann kommt gleich der nächste Zug hinterher Aber eigentlich müsste jetzt dieser Zug Von hier drüben starten Damit die sich jetzt in der Mitte kreuzen Dass rechts und links immer Die Station bedient sind Ja Mitte okay Nicht ganz Aber okay Weil Geld fährt jetzt eigentlich auch Den gleichen Weg Also In die gleiche Richtung So Aber wir müssen sich auch wieder entgegen kommen Linie oder Waggon Ist doof, dass wir keine Keine Tunnel bekommen Eine weitere Linie braucht es eigentlich nicht unbedingt Bis jetzt Deswegen Deswegen Ein Waggon Gut Ja vielleicht könnten wir doch noch hier anschliessen Okay Okay Grün hat ein Problem Das heisst Ein zweiter Zug kommt In den Einsatz Oder noch nicht Denn dann können wir hier Einen Zug einsetzen Genau Genau Okay Blau hat irgendwie gerade einen Stillstand gehabt Wieso auch immer Timer läuft ab Ähm Ja geht nicht anders Gut Gut Die kommen sich jetzt wieder entgegen Hier kommt plötzlich ein Kreuz Blau hat echt zu kämpfen Okay Okay Wait Die zwei müssten wir kurz mal ändern Gelb fährt hier so Ist natürlich nicht Wirklich So gut No Kann ich kurz hier alles löschen Danke Also Oben links ist ein Kreuz Das möchte ich hier hin Dann nehmen wir jetzt mal diese Station Nach hier unten Da jetzt hier noch kein Quadrat drin ist Würde ich sagen geht gelb hier weiter nach links Äh rechts Äh rechts Das lass ich jetzt mal so Dann Haben wir blau 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 Okay ne müsste man fast so machen Eigentlich zwar noch sogar so Aber das ist doof Eigentlich zwar noch sogar so Aber das ist doof Nope Das nicht No Hey Come on So Dann mit blau Das ist einfach so ein kwerstrekke dori Das ist einfach so ein kwerstrekke dori Ist zwar auch nicht wirklich gut Ist zwar auch nicht wirklich gut Ist zwar auch nicht wirklich gut Ja und das noch weniger Und was wäre Treib Kreise an einem Ist scheisse Und dann Violett. Irgendwie, ne warte, nope, da fehlt mir jetzt ein Tunnel. So sollten aber eigentlich wieder alle Stationen mit dabei sein, wenn ich das richtig sehe. Der Violett ist jetzt lange. Gelb ist auch lange. Gelb hat hier einen Zug. Deswegen sollte einer entgegen kommen. Grün hat hier einen Zug, Violett und Violett, Blau und Blau. Mal so, let's go. Mal schauen, ob das funktioniert. Zwei Tunnel, nice, endlich. Dann können wir hier nach oben, dann das Dreieck ansteuern und dieses Kreuz. Das Kreuz sollte eigentlich fast in jeder Linie mit dabei sein, da es recht selten vorkommt. Aber von überall möchten Leute dorthin. Sie können zwar umsteigen, aber es wäre gut, wenn es fast überall mit dabei wäre. Und ist jetzt eigentlich auch, wenn ich das so sehe. Ja, genau. Auch diese Station hier ist natürlich auch recht selten. Aber hier möchten, glaube ich, weniger Leute hin. Von hier oben. Die müssen hier umsteigen, dann hier nach unten. Okay. Hier links. Hier wieder jemand. Der kann hier die blaue Linie nehmen oder die violette und dann hier umsteigen. Ja, doch. Sollte eigentlich so funktionieren. Da kommt der Zug, das ist gut. Grün hat ein Problem. Grün ist recht lang. Okay, let's go. Okay. Grün. Fuck. Grün könnte mich jetzt umbringen, wenn Grün nicht allzu schnell hier ist. Grün sieht scheiße aus. Come on, please. Fuck. Das war's. Scheiße. Wegen Überlastung dieser Station musste der Betrieb eingestellt werden. 831 Fahrteste fuhr mit deiner Metro innerhalb von 45 Tagen. Schauen wir uns das Ganze mal mit Zeitraffer an. Okay. Ja gut. Schön. Ein Foto zum Schluss. Diese Station hat uns hier gekillt. Da war ich einfach zu wenig schnell und ich habe die Linie zu lang gemacht. Eindeutig. Na ja, kann ich nicht ändern. Damit war's das für diese Folge von Paris. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, warte. Ich möchte noch kurz schauen, wo ich hier in der Rangliste bin. Untere 35%. Okay. Dieser japanische, asiatische Name ist offensichtlich ein Meister darin. 1,7 Millionen Punkte. Holy shit. Und ich bin Anfänger. Na ja, gut. Damit war's das für diese Folge von Paris. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer weiteren Folge von Minimetro. Tschüss. Tschüss.